Turet Knark, 30 Jahre, offensive Außenbahn, Rücken Nummer 33, Spielerin des VfL Wolfsburg. Ja, ich wollte natürlich nochmal gerne eine sportliche Herausforderung haben und ich glaube, mit dem VfL Wolfsburg bin ich jetzt bei einem der europäischen Top-Vereine gelandet. Ich freue mich sehr darüber, ich freue mich hier die nächsten zwei Jahre spielen zu dürfen und im Kreise von so guten Spielerinnen. Und ja, ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ja, Turet ist ein skandinavischer Vorname und ist abgeleitet vom Gott Thor, vom Donnergott und genau, ich bin also die Donnergöttin quasi. Ich bin eine sehr ehrgeizige Spielerin und ja, auch sehr perfektionistisch würde ich sagen. Das heißt, ich versuche immer aus jeder Situation das Beste zu machen, das Beste rauszuholen und genau, so würde ich mich beschreiben. Auf dem Platz ist mir wichtig, in einem guten Teamgefüge zu spielen, wo man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig hilft und so als Mannschaft zum Erfolg kommt. Und deswegen auch Fußball als Teamsport und keine Einzelsportart, das hat mich schon immer fasziniert am Teamsport. Genau wie auf dem Platz finde ich es auch außerhalb des Platzes wichtig, eine gute Umgebung zu haben. Ja, gute Umgebung, gute Freundschaften auch zu knüpfen und gut miteinander zurecht zu kommen. Und ja, ich mag das, wenn so ein Spirit in der Mannschaft auch entsteht und man zusammen für ein großes Ziel arbeitet. Ich kenne einige Spielerinnen schon, ja. Ich habe schon mit einigen Spielerinnen auch eine Vergangenheit in Vereinen gehabt und auch aus der Nationalmannschaft kenne ich schon viele Spielerinnen. Also ich komme nicht in ein ganz ungewohntes Umfeld. Ich glaube, dass ich, oder ich glaube zu wissen, dass ich ein sehr offener Mensch bin. Ich glaube, man kann mit mir Spaß haben. Ich bin auch sehr loyal und wenn jemand, oder wenn ich mit jemandem befreundet bin, auch immer für die oder denjenigen da. Und ich denke, dass man auf mich immer zählen kann. Wenn man zum VfL Wolfsburg kommt, gibt es, glaube ich, immer das Ziel, so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Und mit dem Ziel komme ich auch hierhin. Ich möchte dabei helfen, die Mannschaft unterstützen, dabei, dass wir in diesem und dann auch im nächsten Jahr und, ja, wer weiß, wie lange es am Ende ist, so viele Titel wie möglich sammeln. Das ist, denke ich, immer das Ziel, wenn man zum VfL Wolfsburg kommt. Meine persönlichen Ziele sind natürlich auch, mich immer weiterzuentwickeln, fußballerisch. Ich möchte gerne der Mannschaft helfen, sich weiterzuentwickeln. Ich möchte mich selber natürlich auch immer wieder beweisen. Und auch persönlich möchte ich natürlich gerne, ja, so viel Erfolg wie möglich mit einem Verein haben. Doch, ich bin sehr stolz auf meinen Doktortitel. Da habe ich ja auch jahrelang drauf hingearbeitet. Das heißt, ich glaube, man kann dann auch stolz sein, wenn man so ein Ziel erreicht hat im Leben. Ich habe immer gesagt, ich möchte das ein bisschen vom Fußball trennen. Ich möchte jetzt nicht Dr. Knack auf dem Trikot stehen haben, was, denke ich, auch verständlich ist. Aber, genau, ich bin natürlich trotzdem stolz drauf und denke, habe da auch Rat genug für gearbeitet.